willkommen zur siebten folge von minecraft 7 days to change aka let's play minecraft ich wundere mich etwas komisch an der höhere problem ist ich musste mir vom mund binden also vor quasi weil er mal wieder hier geputzt mit chlor und so also mit extrem hart dagegen reinigen geputzt wird die arschkarte ist wie sagen wir es mal ich habe damit ziemlich probleme ich habe da ziemlich probleme deswegen wenn wir das hier machen so 16 16 8 8 8 8 noch mal elf leiter das reicht masse deswegen würde ich ja kann bock dann irgendwie aufnehmen muss das ding ist ich kann der sonst irgendwo anders aufnehmen soll ich sollte aufnehmen wird auch geil ich habe ich habe die leider lässt vergessen lassen die sich nicht darauf ein dass dann aufbilden dass ich dann quasi nicht aufnehmer die dich putzen mit man soll mit solchen reinigern mann leider interessiert das kein dass ich da das war davon würde das war bei mir mega auf die lunge geht das juckt leider kein das geile ist teilweise aber war es so hart da konnte ich drei tage lang nicht die wohnung betreten das können wir droppen alles wir können so so ein drop 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 als eingetragen mit nice runter nice würde ich sagen so leute aber ich versuche bis laut zu sprechen damit ich trotzdem bitte versteht dann auch ein bisschen deutlicher zu sprechen wenn wir hätte ich noch was wenn ich noch mal stein mitnehmen sollen aber damit keine ahnung er glaubt ja nicht wie scheiße es einfach ist aber wir haben gar kein stein mehr hier ohne scheiß leute ihr könnt euch nicht vorstellen wie scheiß es ist einfach und wenn man einfach nicht was in seinem zimmer sitzen kann man hat schon das fenster auf und es passiert rein gar nichts an der bau mit dem weg eben nicht so das ding muss weg dann geht es so jetzt ein stück mehr hier lang so da geht es ein stück hier hoch dann wieder hier her und dann tag 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 mann 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 ich gebe überlegen muss mal kurz hin also haus war das ohr wozu also wer hat solche scheiß extrem chemischen reinigungsmittel überhaupt erfunden du kannst du nur schlafen am nacht je es ist nacht wirklich ist nicht nacht jetzt voll ah mann ey mann also You can only sleep at night, ha ha, nice, nice, sir. Auf jeden Fall in der nächsten Folge kriegen wir schon wieder ein neues Update. Update, 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 update. Also hier hinten müssen wir auch schon noch drei Blöcke hochbauen, weil hier hinten schon die Zwei-Block-Grenze überschritten ist. So, nein. Oh, wir haben es wieder eingesammelt. Nice. So, dann kommen wir jetzt hier hoch. Jetzt aber auch auf diesen, auf diesen. Ich glaube immer auf diese Level. Ui. There is a bad. Abbauen. Abbauen. So, Leute. Jetzt müssen wir dann quasi erstmal vernünftig wieder. ein bisschen natürlicher machen. So. Ach, Leute. Ich werde auf jeden Fall alle, vielleicht alle so um die 100 Folgen quasi, ähm, so hier machen, dass ihr dann quasi ungefähr alle 100 Folgen später kriegt. Ach, Leute. Und ich wollte, dass das Summen ja immer relativ gleich ist bei den Folgen. Aber ich will ja auch nichts spoilern. Und ja. Und ja. Weil ihr kennt das ja, mein Sound ist ja immer so, dass ich da nicht spoilern will. Und ja. Ich glaube, NB fühlt sich auch krampig. Ein bisschen verarscht wegen allen Audio. Ich bin jetzt seit 30 Minuten am Dingsen, aber egal. Gut. Dann würde ich sagen, Leute. Es war es auch schon wieder mit der Folge. Auch wenn die wieder mal wieder relativ kurz war. Tut mir leid. Ja. Aber danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über die Bewertung freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.